So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency HQ hier auf diesem Kanal. Der Christoph ist natürlich auch wieder dabei. Ja, zum dritten Mal heute. Und ja, wir haben in der Zwischenzeit, wir haben ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und ich hoffe, ich sammle erstmal ein bisschen Geld an, weil ich brauche ja, um die Einsatzkräfte zu trainieren, brauche ich ja mindestens 3.000 Punkte. Wollen wir das? Keine Ahnung. Ja, das war tatsächlicherweise ins Trainingszentrum, Ausbruchstufe 2, was? Hä? Nein. Dann doch, klick nochmal drauf. Da drauf. Da drauf. 3.000 bei der Paul-Kollege. Ach so. Ja, dann verbessern wir doch mal. Acht Sekunden. Die warten wir mal kurz ab in der Zwischenzeit. Ja, wäre nicht schlecht. Jo. So, und... Oh, 240. Wow. Komm, dann, wenn wir schon mal dabei sind, dann verbessern wir das auch mal eben. Da müssen wir jetzt echt 30 Sekunden warten. Ja. Kannst du mal nur eine auf einmal? Äh, okay. Ich kann nur eine Person immer auf einmal bearbeiten, okay. Ja, aber du hast dann auch was zu einsammeln. Äh, ja, so eine Belohnung. Sind 88 Münzen gewesen. Ja. Ja, so, aber in der Zwischenzeit, ähm... Willst du echt neun Minuten und eine Minute... Moment, 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 Moment. Ja, erst mal ins Einsatzgebiet gucken. Da haben wir ein paar. Ja, okay, das könnte ich nicht... Da fehlt erst Tanker. Das könnte ich machen dann sogar. Ja. So, da, die Mission könnte ich auch machen. So, aber ich kann momentan keinen rausschicken. Könntest du einfach trainieren. Oder halt Geld ansammeln. Da. Auf Shop. Ja. Können wir auch gucken, wie teuer genau da. Stimmt. Da war nämlich das gewesen... Richtig. Ne, das richtig Geld kostet. Einmal drei, vier, fünf Streifenwagen. Das will ich eigentlich schon gerne haben. Die Polizei hätte ich schon doch gerne, ja. Ja, erst mal ist das Tanker-Schaltwächer. Brauchst du jetzt öfter anscheinend. Mhm. Guck mal da, was der Kran kosten würde später. Ich dachte, 35.000. Ähm, okay. Aber erst... Machen wir erstmal ein bisschen. Okay, komm. Äh, ich würde sagen, wir gehen ins Einsatzgebiet in den Pkw-Unfall nach dem Wildwechsel. Ein Pkw ist nach Wildwechsel gegen einen Baum gefahren und in Brand geraten. Der Fahrer ist eingeklemmt, die Beifahrerin verletzt. Yay. Das Feuer muss mit Feuerlöschern bekämpft werden. Stufe 150. Deine Feuerlöscher? Ja, das sind ja gar nicht. Yay. Die Schnellruh-Funktion auch sofort. Hat der ja was gelernt. Gucken, ob er jetzt alles umsetzt. So. Hallo? Ja. Wie gesagt, die fahren einfach. Hören. Äh, Löscher. Roger. Warten. Haha. Hören. Ähm. Okay. Hören. Roger. Der Notarzt kann ich ja nur nicht hin schicken. Ah, geht ab. Bisschen. Sicher. Ja. Ja. Bisschen wir nicht ja für die Säden, ne? Oh. Bist du ja noch weit hinweg? Äh, die Beifahrerin. Bist du ja noch weit hinweg? Meinst du? Komm, gehen wir was zu dir? Hören. Alles klar. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das sollte. Stell dir vor. Hm. Ich form dann ein Feuer, wenn man sich in den Bleistlein. Hören. Okay. Dann machen wir es. Äh. Ich sag unser Patient gleich hinüber. Hören. Ja, passiert. Der Notarzt würde so groß aufklingen. Ach, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ich seh, hallo, es sind zwei Tage jetzt rum. Ja, und? Ne? Und in zwei Tagen habe ich nicht einmal gespielt. Ich weiß, ich sollte es eigentlich machen, aber... Gezeiht. Ich hätte das Schenkelspartig haben können. Dann hätten wir noch mehr machen können hier. Aber gerne, welche? Ich sag... Dem Einsatz eher weniger, aber... Ja. Aber vielleicht mit den anderen. Äh. Ich weiß nicht. Hm. Einfach ausprobieren. Du holst dir die Schere. Ja. Und dann darfst du schon mal den Wagen aufbauen. Und du? Ich stehe einfach nur voll in der Gegend rum. Ja, die Falle, das. Okay. Hören. Meine Güte. Das dauert ja Ewigkeiten. Ja, Stufe. Und dann zieht. Du hast jetzt deine Träume-Leute-Kinderung. Das kann das ganz gut sein. Aha. Schon besser als 100. Aha. Das dauert trotzdem nur Ewigkeiten. Aber ich finde... Ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist... Das hat halt was. Das hat einen kleinen Fruchtfaktor. Mhm. Ja. Boah, bist du bald mal fertig, der? Er fährt dir schon an zu verzweifeln. Ich finde es schön. Roger. Hören. Alles klar. Oh. Okay. Ein bisschen aufräumen. Wenn wir räumen, dann richtig auf, Kollege. Hören. 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 Mit so einem blauen Faktor. Was so geil animiert ist. Ach, stimmt. Ja. Stimmt ja. Der muss ja auch da arbeiten. Der strebt ja auch nur dumm in der Gegend rum, ne? Ja. Das ist so nervig. Aber gut. Was will man merken? Und deine ach so geile Animation läuft gerade auch wieder. Mhm. Ich kann mich gar nicht davon trennen. Ja. Mhm. Ich kann mich da wirklich nicht von trennen. Also, das sieht so stark aus. Ja. Mhm. Diese Ironie hier. Achtung, Rutsche. Ich rollte mal den Bischmuck. Mhm. 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 Aber ist schön. Ist schön. Ist schön. Ist schön. Und tschüss. Und weg ist er. Mhm. Und jetzt dürft ihr euch dezent verzutzeln. 1 Minuten 57. Was ist das wert? Nichts. Doch, Bronze. Hey. 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 Ich hab ja gesagt, es wird höchstens Bronze. Hey. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann kann eigentlich direkt der nächste Einsatz eigentlich beginnen. Ja, wieso auch nicht, ne? Ja. Äh. Ja, das kriegen wir hin. Stufe 100. Jackass und voll im Dorfzentrum machen wir natürlich. Oh, was schafft er jetzt? Der Vorfall hat einen PKW, zwei andere Wagen in einen Unfall verwickelt. Okay. Personen wurden verletzt und teilweise in ihren Wagen eingeklemmt. Yay. Ja. Raus mit euch. Ihr faulen Säcker. Das wird lustig. Aber sie geht schon. Hm. Notarzt. Faule Ratte. Wichtig. Okay. Okay. Hören. Alles klar. Schnippschmer. So, komm. Auf da. Alles klar. In faulen Säcker. Ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Dann guck mal auf. Du kannst dich schon abschleppen. Weil du gehst ja oben. Dann bin ich unterwegs, ne? Mhm. All die fünf Prozent sind die zwei. Die sind die nur zwei. Ja, die sind ja gerade dabei. Richtig. Ich war drei Autos. Das sind nur in zwei Autos, welche angeklemmt. Das. Angehörter Tritt schon abschleppen. Der ist schlau, ne? Tja, der weiß auch mal. Der ist also meistens schlau. Oh. Hören. Haha. Alles klar. Hören. Das muss ich hier. Roger. Hm. Ausgelaufenes Benzin hat sich entzündet. Okay. Hören. 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 Ich darf da jetzt schon mal arbeiten. Weg da. Meinst du, dass mit der geilen Animation eventuell nicht das Fahrzeug gefährdet ist? Durch diese geilen Animation schon? Mhm. So. Hm. So. Ja, sie sind ja eh gerade noch beide beschäftigt. Hören. So. Okay. Und damit ist jetzt auch die Frage geklärt, die ich mir schon gestellt habe, ob die eventuell irgendwie auch, genau, fahrt man schon durch, fahrt man schon durch, ähm, also der, äh, dieser Balken, der wird nicht mehr weniger. Der wird weniger. Ach ja? Siehst du doch die kleinen Pfeifen, die zurücklassen, ne? Äh, ja, ja. Also der Gesundheitszustand baut sich, ja. Ja, aber das dauert unheimlich lange, bis der abgebaut ist. Ist ja nur Stufe 100. Ja, und? Also ich wäre ja dafür in der nächsten Folge eventuell, dass du mal auf meine Account mal ein bisschen spielst. Hm. Das wird dann bestimmt lustig. Hören. Roger. Meinst du, ich kriege das nicht hin als Profi? Ich würde sagen, dass wir die Zuschauer entscheiden. Roger. Hm. Okay. Würde ich mal sagen. Okay. Können wir mal machen. Wenn ihr wollt, dass er mal richtig verkackt, schreibt es in die Kommentare. Mhm. Oder wenn ihr ihn vielleicht. Ja, trifft hier. Dann machen wir. Alles klar. Ich glaube nicht, dass das passiert. Hast du so wenig Vertrauen zu mir? In meine Fähigkeiten? Soll ich jetzt ehrlich antworten? Ja. Nein. Das war auf die Frage, ob ich ehrlich ehrlich antworten kann. Ja, Herr. Ne, du hast nein. Ich habe nein gesagt, also. Ich antworte nicht, ehrlich. Tut mir leid. Mit anderen Worten, du hältst dich für die absolute Oberpfeife. Okay. Vielleicht. Also ja. Nein, vielleicht. Mhm. Hör zu. Mhm. Fahrzeug steht so hoch. Ich habe keine Lüge auf 24. Was ist das wert? Mal gucken. Trance. Mhm. 60 Sekunden für Silber. Naja. Ja. So. Oh, es gibt Geld. Ja, sicher gibt es Geld. Es gibt gut Geld. Ja. Komm, nehmen wir den nächsten. Den du noch machen kannst. Hm. Okay. Kannst du machen. Falsche Alarm bedeutet eigentlich. Dafür musst du zahlen. Äh. 5 Emeralds. Okay. Also den kannst du jetzt wegdrücken, weil du das Tankgeschwatz auch nicht hast. Mhm. Fick mal drauf. Das können wir uns auch mal zeigen. Ja. So. Okay. Dann zahlst du 5. Ich zähle sofort einen neuen. Okay. Nämlich ihn hier. Ja. Die Lebensmittelvergiftung. Beim Grillfest im Gasthof zur Altenkirche haben Personen eine Lebensmittelvergiftung erlitten. Auch lustig. Da hätte ich doch eigentlich auch die Polizei eigentlich im Emerging, also in der normalen Emerging-Ziele hätte ich die definitiv haben müssen. Und den Verursacher da. Genau. Ich sag nur, unsere Aktion am Oberfest. Äh. Aha. Die ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Wenn der nur die ganzen Hörten gekloppt hat. Oh, da war das Ding. Zwei auf einmal. Eie. Okay. Hm. Aber da hätte ich dann doch gerne, ohne Scheiß, da hätte ich jetzt doch gerne noch einen weiteren Notarzt dabei. Ja. Ich sag so, den willst du auch brauchen. Hm. Kann ich mir noch einen rufen? Du hast doch nur einen. Hm. Ich hab drei. Ja, du bist doch ein Streber. Ich hab ja vor der Zeit manchmal. Hm. Sag ich ja. Du wirst ja ungefähr aufs Gleiche rauskommen. Hören. Alles klar. Hören. Ja. Oh. Ähm. Okay. Okay. Aha. Aha. Wie gesagt, die Ender zieht das Ausrufezeichen. Na, komm, ohne Booster. Ohne Booster. Jetzt kannst du auch mit deinem Notarzt immer mal rotieren. Hören. Dann kannst du uns liegen lassen, den anderen gucken, wie weit der ist. Ja. Sie sind schon mit drei. Gewissermaßen ist es ja nichts anderes. Aber der hat ja noch Besuch gehabt, ab zum nächsten den angucken. Hören. Effektiv ist es ja wirklich nichts anderes als ein bisschen Multitasking. Ein bisschen. Ja. So, wie sieht es bei dir aus? Das sieht auch gut aus. Jetzt ist es voller, jetzt machst du die nacheinander fertig. Ja. Wäre das eine Idee, ne? Hm. Einen Booster mit einem Gutschein will ich noch nicht ausbegeben. Nein. Den brauchst du später vielleicht. Hm. Mit Sicherheit. So wie ich dich kenne. Wieso Metaspiel entscheidet doch, was du kriegst, nicht ich? Hallo? Mhm. Oh, wie die stöhnen. So. Leg den weg, wo was wieder rumschicken. Und jetzt mit dir weiter. Guck mal, diese Arbeit, die die Leute da haben. Hm. Mensch, macht fertig. Wir haben noch keine Zeit. Fahrzeug, wir gehen zu holen. Ja. Was? Zeit. Und Geld. Zeit, die du dich hast und Geld. Hm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber guck mal da, jetzt bei den hinteren Patienten, der ist relativ stabil. Hm. Ja, soweit bin ich schon. Ja, dafür nehmen sie da nicht, wollte ich mal darauf hinweisen. Dämm, da-dämm, da-dämm, da-dämm. Ach, ist das schön. Außer, ich glaube, es hat Zitrone geworden. Hast du die Mieterle besorgt? Nee. Wie, nee? Hören. Alles klar. Hören. Und den Pfeffer? Alles klar. Äh, nein. Dann muss ich holen den Pfeffer, nächstes Mal mitbringen. Hm. Und du die Zitrone. Dann mach das mal. Pfeffer, kein Problem, hab ich zu Hause. Äh, ich... Pfeffer hab ich tatsächlich auch. Aber was ich mir jetzt wünschen würde, ähm, jetzt in der nächsten Version, wenn man auf dieses grüne Symbol drückt, äh, dass der Wagen sofort losfährt. Wieso? Wieso? Weil... Die Zeit geht doch dann ja über den Eingang. Effektiv, guck, ja, hab ich, das hab ich schon bemerkt. Aber effektiv müsste ich dann ja da nochmal drauf tippen. Musst du ja auch sowieso. Ne? Aber wenn ich hier auf dieses grüne Symbol drücke, äh, dass es dann sofort weg ist. Also, dass der Wagen sofort losfährt. Nein, das wäre langweilig. Das wäre langweilig. Die Leute sollen auch nicht, die beschäftigt werden. Du hast nicht draufgeklickt. Okay. Ne? Aber das wäre halt so eine Sache, wo ich mir dann auch sage, okay. Vielleicht. Das wünsche ich mir dann einfach mal. Oh, du hast Wünsche. Ja. So, seid ihr jetzt alle fertig? Vielleicht. Vielleicht. Fahrzeug, Schneezug auf dem Regen. Ja, schlagen doch nur vier. Reicht ja auch. Ja. So, Erfolg freigeschaltet. Geldregen. Boah, dann war sogar noch Bronze. Ich bin beeindruckt. Na ja. Aber wie viel Geld du bekommen hast? 1049 plus die Bonусse. Geldregen. Ui. So, das heißt, jetzt kann ich Stufe... Ne, jetzt kann ich bauen. Du kannst auch erstmal über den Alarm gehen. Ja. 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 Anklicken. Äh, einsammeln. Ach, der hat sich Emerald verdient. Hey. Hey, cool. Jetzt geht es mal in den Shop. So, in den Shop. Gebäude und Einsatzkräfte. So, ich könnte eigentlich beide holen. Tanktagsfahrzeug. Was ist der Unterschied? Das hast du bisher öfter gewonnen als die Polizei. Äh, Polizeitanktagsdepot, bitte Platz für deine Tanktagsfahrzeuge. Eins braucht... Eins reicht doch. Okay. Komm. Wenn du sagst, komm, dann kaufen wir das. Äh... Pax, nein. Oder da, ja. Nein, muss noch ein Stück weiter nach links. Ja. So, aber ich muss die Straße bauen. Und 45 Minuten warten, bis das fertig ist. Mhm, du kannst dich mal. Das heißt, du möchtest unbedingt Emirates investieren. 16! Ja, 45 Minuten. Okay. Und da kommt eigentlich ein Fünf! Hey! Hey! Sogar fünf! Und direkt der einen Satz. Oh, da haben wir da. Guck mal, da brauchst du sogar das technische Fahrzeug. Okay. Autotuner verursachen Hausbrand. Ja. Beim Tuning... Wie haben die das denn gemacht? Tja! Beim Tuning ihres PKWs haben zwei Männer einen Brand verursacht. Angrenzende Gebäude sind betroffen. Mehrere Personen haben Rauchverbegiftung einlitten. Wie haben die das gemacht? Frag mich nicht, ich sitze neben dir. Wie? Guck mal. Hahaha. Äh, was? Du hast zu wenig Münzen. Stimmt. Jetzt musste ich. Oh, scheiße. Haha. Okay. Okay, 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 okay. Und da siehst du, die beiden Idioten auch liegen. Hm. So, äh, ich glaube nicht dran. Jawohl. Alles klar. Hören. Hören. Okay. Okay. Dann müssen wir hier ein bisschen weiter ein bisschen. Mhm. Mhm. Und dann waren das los. Jo. Ich bin unterwegs. Ah. Hm. Hm. Ja. 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 Was ich meinte. Hm. Der KKW. Hören. Alles klar. Und dann auf Winter. Oh, 9 und 10 brennen auf. Die beiden müssen weiter links und rechts. Oh, wei, wei, wei. Jo. Und ich sag mal so. Ich guck mal, ich bin jetzt nicht in die Situation. Hm. Na, ohne Booster. Ohne? Ohne. Hm. Hören. Okay. Hören. Ähm. Was passiert eigentlich dann? In der Notarzt? Ja? Der legt sich daneben. Der legt sich einfach nur daneben. Wie langweilig. Nun, da bräuchte ich mir weiter Notarzt um die Notarzt zu meinem Bekunden im Patienten zu finden. Hm, aber ich habe ja keinen Notarzt. Ja, stimmt, denn wir sind einfach oben liegen. Yay. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Oh, jetzt habt ihr gleich die erste Geschweizer-Kommission. Also er wirklich die Geschweizer-Kommission. Also er wirklich die Geschweizer-Kommission. Ich hab schon hier. Ich hab schon hier. Ich hab jetzt den ersten Schlag. Das wollte ich jetzt nur um nicht zu sagen. Pass auf, ne. Der will die nicht weiter gehen. Das bleibt stets zur Verbindung. Jawohl. Was bedeutet denn eigentlich dieses blaue Symbol? Der Wagen war ja schon die ganze Zeit gelöscht gewesen. Ich hab ja trotzdem abgebrannt. Abschleppen. Dann erfahrt ihr. Fahrzeug steht zur Verfügung. Auf dem Weg. Führen. Führen. Hm. Als nächstes ein bisschen. das ist das ist eigentlich die idee jetzt ist der Notausplatz um alle 3 wegzufügen weil er eine faule Sau ist das meint ich ja nicht den Abschritten die Böhrchen äh wer die kocht dafür krieg ich ihn nur dann sag ich wieder nach Verendigung ja ja ok und den auch das nächste faule Sau ja das ist leider nicht anders das Auto sollte langsam aber sich mal gelöscht werden und zu zeigen was passiert also wenn wollen wir aber nicht die Scheiße genau ok also wir wollen nochmal Filmschläge aufzeigen ja ich sag mal so dass hey das gehört ja eigentlich zum Spiel dazu das gehört zu emergent zielen aus diesem Kanal immer dazu das hat man nie gesehen ja was wie gesagt eh failen gehört auch mit einfach dazu äh ja fahrzeug steht zur verfügung hm es ist explodiert hm so ähm alles klar alles klar weil Schufo 150 also das ist ja nein ich meine auch wenn es nicht ja ja wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht hm 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 bist du bald mal fertig ja also gut okay jetzt für dich da weiter so fahrzeug steht zur verfügung so tankflisch fahrzeug was ja eigentlich eins meiner liebsten fahrzeuge in der emergency ist tatsächlich ja ähm weil ich fahr ja auch für kleine brände fahr ich ungerne mit personen raus sondern ja es ist also in amerikans sie grund nämlich eigentlich grundsätzlich die anzeige schwarzeuge noch ja weil sie ja ne das mit klicken ja weniger zu tun das hat er damit was zu tun dass ich gerne den äh dass ich die fahrzeuge im zweifelsfall gegen irgendwo auf der map platzieren kann und ihm dann auch sagen kann pass auf äh ja aber hier brennt gerade die hütte hier brennt gerade die hütte die brennen noch nicht okay alles klar so machen wir es mal ein bisschen logischer das wird mit sicherheit keine medaille geben aber ehrlich gesagt so werden die brände jetzt links alle gelöscht so weit das fahrzeug der gelöscht ist kann ich sie doch einem abschleppen er nimmt das hier nimmt er nicht oh mein Gott leider hat man das Feuerzeug eigentlich nicht zu verschließen mhm zum glück sonst wird das frei ja aber wie gesagt hey Fällen gehört definitiv hier zum spiel dazu ja aber die nächsten Zeit wird weiter alles gut geht an's hier nicht so ja gut das Fahrzeug steht zur Verfügung und dann sagt darf jetzt mal gerne abgesteppt werden das ist natürlich genau er wird runterfahren er wird halt ganz genauer machen durch zwei schwarze durchfahren zum glück fängt das jetzt nicht auch noch vorher können wir eigentlich für die fahrzeug feuer fangen ja 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 also das das wäre echt was ja 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 da ist ja 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 machen die Leute trotzdem Fahrzeug steht zur Verfügung ja 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 wenn du bist da nicht glaubt nicht doch dazu das darfst du ich glaube natürlich müsst ihr euch erst mit einem neuen anmelden an den neuen anderen beschlossen nicht lang genug ist hast du das gehört von 31 wo die polizei eine anderthalb kilometer laufen musste weil wir wollen genau wo die rettungspfad wo keine rettungsklasse gebildet werden konnte weil es nur einspurig ist aber aufgrund der baustelle ist dann ist das deutlich enger geworden aber ligabonus und erfolg freigeschall brandbekämpfer eins spielerstufe drei jahre jetzt mal zurück ja fragt mich wie solche sachen genehmigt werden können vom land da planen kann aber prinzipiell kann man doch eine rettungskasse da bilden prinzipiell ja aber ich habe nur genug abstand zum vordermann halten ja und sagen wir die rechte spur sollte versetzt als nicht beide nebeneinander sondern ruhig mit fünf meter minimo abstand zum vordermann auf der anderen seite ja dann könnten die fahrzeuge auch mit langen linien dadurch fahren aber so ist es einfach mal ist es nicht möglich weil jeder möchte ja so aber ich sag mal so ich mache mal hier in der zwischenzeit den bild wechseln ja ja das fahrzeug wurde jetzt nicht ja man hätte ja das habe ich tatsächlich das habe ich auch gelesen ja aber da hatte dann der ansatzleiter der freiwilligen feuerwehr lamiert wird ja der dann auch vergegen der die gegenspur zugemacht hat der gegenspur kam und er aufgebaut hat und daran löschung aufgebaut hat lustiges was lustige die waren schneller als die hauptamtlichen oder berufsfeuerber leute die dann so zum hauptquartier ja kein einsatz anstehen auch mann du kannst jetzt das tanken schwarze wegschicken ja du kannst den weg schicken so den gerade nicht beim bruch den ganze weg schicken so nachdem nicht nachverkehrszug da bräuchten strahl streifen waren fahrgaststöcken nahverkehrszug den brauchst du den hast du leider so ok aber gut trainieren oder weiterhin geld sparen dann trainieren wir doch mal eine runde ich habe ja geld so das gute ist die fahrzeuge jetzt kaufs auf der stufe ja wir haben sofort die passende stärke net dann verbessern wir das mal wie viel kostet mich das weil ich habe 163 so die ärztin natürlich dann verbessern wir immer schnell das ist das schön daran so natürlich so die sannis dürfen dann auch weil dann geht das ein bisschen schneller ja da bin ich ja jetzt dran so ok belohnung abholen 62 minzen wieder er habe oder nicht so was macht er jetzt die notarzt würde ich noch mal gerne verbessern so ich habe keinen einsatz kannst du dir auch noch zwei minuten warten aber zweieinhalb minuten haben wir noch ok so aber an dieser stelle bedanken wir uns recht herzlich fürs zusehen wünsche weiterhin viel spaß mit den videos hier auf den kanal und wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis denn dann tschüss